So Leute, ihr fragt euch sicherlich, warum wir hier am Strand sind und im Wasser stehen und die Sonne genießen. Nein, wir sind nicht zum Urlaub hier. Wir wollen mal wieder einen Mythos aufklären. Zwei an der Zahl direkt sogar. Die letzte Folge hat ergeben, dass die Mythen, die wir klären wollten, unwahr sind. Der Mythos heute, oder die Mythos-Mythen heute, sollen angeblich wahr sein. Also, beide Mythen drehen sich dann mehr ums nasse Wasser. Mehr ums Meer. Ja. Und ums Tauchen. Ja. Der Mythos Nummer 1 nämlich besagt, dass wenn man mit seinem Charakter taucht, ohne Ausrüstung und dann zu einem anderen Charakter wechselt und dann wieder zurück wechselt zum Tauchenden, dass dann wieder die Tauchanzeige, also seine Luft quasi, gefüllt wird. Und man dann quasi unendlich tauchen kann, auch ohne Taucherausrüstung. Richtig. Der zweite Mythos besagt, dass vor der Küste, vor der Nordküste der Insel, unter Wasser ein Alienraumschiff zu finden ist. Und wir testen jetzt gerade mal schon den ersten Mythos aus. Ja. Ihr habt gesehen, die Luftanzeige ging langsam zu Ende. Und vom Trevor wechseln wir jetzt zu Michael und schauen mal, was der macht und wechseln aber auch direkt gleich wieder zurück. Ja, deswegen werden wir nicht lange bei ihm bleiben. Aber wie es sieht aus, jetzt ist er eh im Haus. Von daher. Ist das eine fucking Mission jetzt, oder was? Nee, doch nicht. Und da wechseln wir auch schon wieder zurück. Mal schauen, was Trevor macht. Hat er noch Luft, oder ist er schon ersoffen? Nee, sieht gut aus. Also momentan hat er wieder volle Energie. Und nebenbei ein weiteres Gimmick. Die Lebensanzeige ist wieder voll aufgefüllt. Sehr nice, sehr nice. Boxster hat sich da nichts... Oh. Hat sich da keine Kosten und Mühe geschollt. So, dann wechseln wir direkt wieder zurück. Ja, weil die Lebensanzeige doch sehr rapid runter geht. Und wir wollen jetzt versuchen, tauchend, ohne Ausrüstung, besagtes Alienraumschiff zu finden. Trevor macht hier irgendwelche... Äh, Maike macht hier irgendwelche lustigen Fahr-Einlagen auf seinem Grundstück, aber das interessiert zuerst mal nicht. Wir gehen direkt wieder zurück zu Trevor. So, jetzt schauen wir ganz kurz mal auf die Karte, damit wir auch wissen, wo wir landen müssen. Oh, wir sind noch weit weg. Dann schwimmen wir erstmal wieder raus und tauchen dann später nochmal weiter. Richtig. Ich bin eben auch nur abgetopft wegen dem Hai, den der mir war. Der war schon Hai. Der war schon Hai. So, anscheinend haben wir jetzt die Stelle gefunden. Schauen wir nochmal kurz auf die Karte, damit ihr es dann auch findet, wenn eventuell, wenn dann das Ufo dort zu finden ist. Also, wir gehen davon aus, dass es hier ungefähr ist. Es ist an der Nordküste und wenn wir mal reinzoomen, es ist ungefähr auf Höhe dieser kleinen Insel da, weiter links. So, hier? Genau, auf derselben Höhe ungefähr. Und dann tauchen wir einfach mal runter und schauen, ob sich da wirklich etwas befindet. Oh, ich sehe nichts. Sehr düster, da schwimmt schon irgendwas. Oh, das ist ja also düster. So, um mich zu orientieren. Da ist hier ein bisschen Grund. Okay, glaube ich, wir müssen mal schnell wechseln. Oh, und da sieht man schon was. Das sieht aus wie das Ufo auf Anhieb. Das war jetzt echt Glück. Das war gut. Das war verdammtes Glück. Und was macht Michael in der Zeit während wir einen Ufo bestaunen? Oh! Er fährt Auto. Ja. Schön, ich glaube Michael macht auch nichts anderes, oder? Bis jetzt jedes Mal Auto empfahren und nicht gerade gut. Okay, und wir schauen mal, was Trevor unter Wasser macht. Der taucht. Und, ey, es ist wirklich wahr. Das ist jetzt, also jetzt müsste man es ganz gut erkennen können. Dort scheint etwas Unnatürliches zu liegen. Und was machen wir immer, wenn wir einen Mythos bewiesen haben oder nicht bewiesen haben? Wir sterben! Und das Ganze machen wir jetzt auch. So, da, also. Aber ich zeige euch noch kurz, wie heilende Kräfte wirken. Genau, ich habe es gar nicht gesehen. Fast abgenippelt. Die Energie war schon fast runter. Und für den Notfall, dann, falls euch das auch mal passieren sollte, dann wechselt doch einfach zum anderen Charakter und wieder zurück. Und schwupps, sind alle Sorgen vergessen. Gut, an diesem Punkt kann man sagen, der Mythos des UFOs unter Wasser ist in diesem Fall bestätigt. Genauso wie der Mythos, dass man durch wechselndere Charaktere die Lebensenergie und taucht und die Luft, die Lungenluft, wieder aufladen kann. So, mit diesem Bildschirm wollen wir uns dann auch verabschieden. Wenn ihr noch weitere Mythen sehen wollt, dann könnt ihr auf unseren Channel schauen. Dort sind wir auch schon anderen Mythen nachgegangen, wie zum Beispiel dem Mythos um den Geist in GTA und noch einige Mythen bezüglich Zügen. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt zu Mythen, die wir untersuchen sollen, dann schaut es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann bestimmt in einem anderen Video wieder. Bis dann! Tschüss!